moin moin meine leute willkommen zurück von minecraft ja ich bin gerade hier auf den server epic pvp.de so wie die andere maler bloß habe ich das nicht gesagt ich werde es auch in die beschreibung verlinken was mich aber auch zurzeit an kotzt bloßig weil ich paar aufgerichts mod getötet habe auf dem server wo ich sehr gerne schwimmel ja war ich einfach jetzt permanent gebannt das kotzt mich auch jetzt an ja deswegen spiel es auch minecraft bloß die denken jetzt alle die sind babbo wir sind alle nur kleine kitties und ja anscheinend mit gründen weiß in einer woche vielleicht mehr reports gekriegt habe obwohl ich nichts gemacht habe schlimm ist aber wenn die was machen kann man direkt verzeihen ja aber rauschen also das rauschen geht euch doch auf den sack ich guck mal was ich dagegen machen kann wie es mein kumpel gucken kann dass das rauschen irgendwie verringert oder gar nicht mehr kommt das versuche ich es dass die videos halbwegs normal anhören nicht so rauschend ja keine ahnung weisern lässt was stärker da war wird jetzt wird und was tat aber ein paar kabel in der zahle die u wenn sie wohl wenn sie geht es muss ab dann geht auf ja die diese rp schreibe ich soll noch euch auch noch in beschreibung auch wohl nicht wenn ich da gebannt wurde aber wie ich sage wie ich dies glaube auch wegen ja hacken gebannt wurde muss man daraus lernen die fehler was man früher getan hat jo aber so ist das leben kann sich alles das machen was du willst du musst auch manchmal regeln einhalten weil im real life also wenn du erwachsen bist kannst du ja auch nicht schlecht sagen hier alter gib mir jetzt das geld rück knall dich ab da würdest du direkt eingebuchtet werden oder ja anzeige oder keine ahnung oder keine ahnung ja aber im leben kannst du wirklich nicht alles haben ich möchte auch so gerne ich möchte auch so gerne einfach mal das und das habe oder das habe ich möchte mein gespräch auch haben ich möchte taschengeld haben kriege ich nicht dafür habe ich mein gamer pc und meine kurs aber das ist ja egal besser er traut auszupressen es ist voll nein die maßen gerne ist die anderen gestoppt es braucht jetzt nur noch ein schwerter als heißen egal heißen ist ja blick 50 dollar alter die haben doch alle gesoffen Pisser kommt der und macht mich da von hinten Tommi bis von hinten mehr gesagt ja troppene potato habe ich nicht nein zu b w 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 Pistimo, Alter. es ist so kann man einfach sachen fahren schließt einfach eine halbe stunde auf gar geld verdienen ist einfach würde es mal sagen was ist mal sagen aber nicht so man das jetzt einfach nicht sagen soll mitnehmen mitnehmen wenn sie wollten sie auch mal gerne mein gerys motto da was anderes aufnehmen vielleicht ich brauche euch aktiv und nicht deaktiviert 800 dollar ich bin reich schlacht sie an ja mir egal ja eigentlich ist jetzt egal was es sagt hat er mich mit zwei farm ich komme ok jetzt boah kotze mich an alter richtig richtig hat kotze mich an frage mich manchmal ob wir als spieler respekt haben aber die admins nicht weil manchmal denken die admins bestimmt die sind babbo hat man auch gesehen kommen aber auch ein kleiner youtube ist ein großer star jeder kann mal groß rauskammer die chance ist nicht dazu groß was mache ich da nämlich kurz zusammen wie man sagt das leben kann nicht immer fair sein ich brauche jetzt geht es auch mit karotten die jahre geht's jetzt darf ich den hier rein du flüchtest nicht brauchst gar nichts mal gar nicht schmarrn hier fräulein die meinen warum kreis ganze zeit hmm bison amazing ow ow ah oh jesus christ also um so um ja heute treuer bin ich nicht erreichbar ja weil es sei auf leichter kross war ich frage mich schon drauf das bin farb oh ja die ja 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 0 offenbar und da ja das zu fahren aber kann es einfach mal drei Stunden hier rumsitzen ja ich bin seit circa paar Stunden online paa ja ich bin Sachsen ich grüße meine Mutter ich grüße meinen Papa ich habe Langeweile vielleicht mache ich das Video auch ein bisschen länger ich weiß ja nichts und ich muss alles hochladen und keiner guckt das Video Alex ist traurig ich bin so einsam warum guckt niemand meine Videos wenn rauschen rauschen mal aber das kurz mich wirklich an das Rauschen ich meine scheiß Belohnung kriegt man ja Regel Nummer 3 Regel Nummer 3 Regel Nummer 3 ich bin oben ich bin oben